Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Das gibt es auch immer zu gewünschen Gruppen, Geschenk. Ich wünsche dir nach dem Zeitpunkt alles Gute. Ein Geschenk, du darfst du vorhanden, dass du siehst. Genau, ich bin sehr dankbar. Ich bin wieder hergeguckt, dass du einfach schon einschätzen kannst. Das ist auch immer einschätzen, wo du die Angegen hast. Das ist einfach nicht so gut. Aber jetzt werden wir mal gehen, weil wir gehen jetzt raus. Okay?